In diesem Video werde ich Ihnen einige Tipps geben, wie Sie Ihre Zahnspange richtig pflegen kann. Eine Zahnspange ist eine Investition in Ihre Gesundheit und Ihr Latschellen, daher ist es wichtig, sie gut zu pflegen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 1. Reinigung der Zahnspange Die Reinigung Ihrer Zahnspange ist entscheidend, um Werfarbungen und Caris zu vermeiden. Es ist wichtig, Ihre Zahnspange mindestens zweimal taglich mit einer Zahnbar 1,4 RSTE und Zahnseide zu reinigen. Verwenden Sie eine weiche Zahnbar 1,4 RSTE, um Beschadigungen an der Zahnspange zu vermeiden. Sie kann ihn auch spezielle Reinigungsbeeinfiertler-Stand verwenden, um schwer erreichbare Stellen zu SAU-Bahn. Vergessen Sie nicht, auch Ihre Zahne GRA 1,4 endlich zu putzen, um Plagg und Bakterien zu entfernen. 2. Vermeiden von bestimmten Lebensmitteln Es ist wichtig, bestimmte Lebensmittel zu vermeiden, die Ihre Zahnspange beschadigen kann einten. Klebrige und harte Lebensmittel wie Kaugummi, Bonbons und eine 1,4 Sesse kann nennen die 3HTE und Brackets der Zahnspange lasen oder brechen. Versuchen Sie, auf zuckerhaltige Getrainke und Lebensmittel zu verzichten, da sie Caris verursachen kann nennen. Stattdessen sollten Sie auf eine gesunde Ernährung achten, die reich an GEMA 1,4 SE, Obst und Proteinen ist, um Ihre Zahne gesund zu halten. 3. Regelmaeige Kontrolluntersuchungen beim Kieferorthopadeen Es ist wichtig, regelmaeige Kontrolluntersuchungen beim Kieferorthopadeen durchzuvereinviertlerrenn, um sicherzustellen, dass Ihre Zahnspange richtig sitzt und funktioniert. Ihr Kieferorthopade wird Ihre Zahnspange anpassen und eventuelle Probleme fra-einviertlerzeitig erkennen, um Komplikationen zu vermeiden. Planen Sie regelmaeige Termine FA-einviertler-Anpassungen und Aöbapra-einviertelfungen ein, um sicherzustellen, dass Ihre Zahnspange optimal funktioniert. 4. Tragen von Gummibarändern Wenn Ihr Kieferorthopade es empfohlen hat, sollten Sie die Gummibaränder regelmaeig tragen, um Ihre Zahnspange effektiver zu machen. Die Gummibaränder helfen bei der Korrektur von Bissproblemen und sorgen FA-einviertler ein optimales Ergebnis der Behandlung. Vergessen Sie nicht, die Gummibaränder regelmaeig zu wechseln und wie empfohlen zu tragen, um beste Ergebnisse zu erzielen. 5. Schmerzlinderung bei Beschwerden Es ist normal, dass Ihre Zahnspange und Ihr Kiefer etwas schmerzen, wenn Sie Ihre Zahnspange neu bekommen oder nach Anpassungen. Sie kann Ihnen Schmerzmittel wie Ibuprofen einnehmen, um Schmerzen zu lindern. Eine K-einviertelhahle Kompresse auf den Wangen kann ebenfalls helfen, Schwellungen zu reduzieren. Wenn die Schmerzen anhalten oder sich verschlimmern, sollten Sie sich an Ihren Kieferorthopadeen wenden, um magliche Probleme zu klarrennen. Insgesamt ist es wichtig, Ihre Zahnspange gut zu pflegen, um das bestmagliche Ergebnis Ihrer Behandlung zu erzielen. Reinigen Sie Ihre Zahnspange regelmaeig, vermeiden Sie bestimmte Lebensmittel, tragen Sie Gummibaränder wie empfohlen und halten Sie regelmaeige Kontrolluntersuchungen beim Kieferorthopadeen ein. Indem Sie diese Tipps befolgen, werden Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnspange optimal funktioniert und Ihr Latschellen strahlend bleibt. Indem Sie diese Tipps befolgen, Sie müssen die Zahnspange auf einen Gummibarer ausleicht, werden Sie sicherstellen, wir müssen die Zahnspange abgelenzen. Untertitelung des ZDF, 2020